Was passiert, wenn jetzt ein Mann und ein Baby mit einem Skelett bekommt? Aber natürlich nicht mit irgendeinem Skelett, sondern mit seiner großen Liebe Bohnhilde. Und ich habe jetzt extra für die beiden ein Grundstück nur mit Techtel-Mächten-Möglichkeiten gebaut. Und hier gibt es wirklich einiges. Eine Sauna, ein Zelt, ein Planetarium. Für was werden die beiden sich jetzt entscheiden? Wir drücken auf Bohnhilde und dann einfach auf Techtel-Mächten. Und sie entscheiden sich für die Mülltonne? Ist das euer Ernst? Jetzt habe wohl nicht nur ich Dreck am Stecken. Hm, Sensi? Bohnhilde ist natürlich schwanger und ein bisschen Privatsphäre wäre nett. Haben Sie schon den Kanal von Esmeralda abonniert? Aber Bohnhilde befindet sich schon in den Weg. Und wir wurden gerade aus dem Krankenhaus ausgeworfen. Haben die Geburt aber trotzdem geschafft? Es ist ein Mädchen. Und sie heißt? Eins, zwei, drei. Selina. Und so sieht Selina als Säugling aus. Diese Augen. Das ist Selina als Kleinkind. Wie süß kann man sein? Das ist sie dann als Kind. Selina, geht's dir gut? Wir entfernen das Kostüm. Dieser Bild hübsch. Und so sieht sie dann als Teenager aus.